Und da sind wir wieder in der Postapokalypse Bei dem Versuch weiterhin zu überleben So, Kirchensicht, jawohl Gut, nehmen wir alles mit Hier waren wir auch gerade erst gewesen Okay, Vorratsspeicher, Wasser ist schon wieder erreicht Sehr gut Wieder eine 90 So, ja, Nahrung, sehr gut Leder, sehr gut So, erstmal hier alles aufstecken Batterie, okay, hätten wir nur noch die Seife Dann schmeißen wir raus Hier, also die Dinger weiß ich nicht, ob ich die jemals verwerten kann Ich weiß auch noch nicht, wie ich sie verwerten kann Ach man, jedes Mal Wie kann ich denn Sachen verwerten? Nee Wegwerfen ist nicht das, was ich will So, kleines Haus, genau So, die Katze Naja, ist fast wieder fit Zwei Nahrung Also hier oben, Tiere gibt's nicht wirklich, ne? Ah, sehr gut, nochmal zweimal Nahrung So, dann machen wir erstmal wieder alles voll Gut, das war's Kleidung lasse ich hier Schrotthauben lasse ich hier Alles, was ich verwerten muss Lasse ich hier Sicherung nehmen wir mit Dünger nehmen wir mit Ventile kann ich nicht mehr mitnehmen Amart 6 Okay Äh, Apotheke Oh nein So, einmal reinigen Ach, da klaut schon wieder jemand was Kacke Man, diese Diebe hier überall Oh, Ratzelfummel Nylon Kann ich irgendwas schon mal stacken? Antibiotika wäre auch eigentlich wichtig Wasser müssen wir, äh, kann man auf jeden Fall hier lassen Ratzelfummel müssen wir mitnehmen Seife lasse ich auch hier, haben wir auch genug Äh, nicht das, sondern das Ach, Nylon Oh, I don't know Nägel sind super geil, dass wir die haben Sicherung, dass ich hier Drehten Ja, ich weiß nicht, was ich hier lassen soll Also das muss mit Kalk, okay Samen Können wir ja auch nichts mit anfangen Wir müssen das Nylon mitnehmen, auf jeden Fall Okay Hat sie jetzt echt geklaut? Nein Ach, Mann Ficken, Alter Oh, ich hab Nägel hier oben abgelegt Stimmt Äh, Nägel müssen auf jeden Fall Hier diese blöden Schalter Lass ich jetzt mal hier Die Nägel müssen wir auf jeden Fall hier reinholen Nee, nicht planen Jaja So, äh, kleines Haus Jo So, wir können jetzt mal ein bisschen reparieren 48 64 64 ist okay 82 ist okay Die haben keinen 75 Was? Werkzeugeffizienz ist Wir haben irgendwas verbraucht Okay Jo Nahrung Ja, müssen wir da irgendwas rausschmeißen Wenn sie kann, ist da leer Sehr gut, nochmal 6 Transistor So, jetzt die Frage, was lassen wir hier? Fucking Eimer, dass ich hier Jetzt müssen sie auch fast schon zurückkommen Sehr schön Sie geht duschen und er Geht da rein Und er repariert erstmal Sehr geil So, 3 Nahrung Leeren Ich mach jetzt mal leeren Dann müsste er ja hoffentlich Die Nahrung einlagern Können wir auch mit ihr eigentlich machen So, jetzt mal hier weg Kannst trotzdem mal gucken 60 64 ist okay So, jetzt müssen die Kinder auch gleich kommen Falschstrick geleert Zwei Leder Oh, keine Nahrung Damn, Alter Scheiße Ach, das ist bitter Keine Nahrung dafür bekommen Camouflage Exzünder Camouflage Verringert sich Wahrscheinlichkeit Auf andere Leute zu treffen Für diesen Bonus müssen alle Okay, müssen alle das haben Sehr gut Wir müssen definitiv die Kiste jetzt bauen Yeah Wahrnehmung Check Ähm Ja, wir müssen den Rest kurz oben Obwohl, das kann man erstmal rausschmeißen Kurz oben einlagern Und wir bauen definitiv jetzt die Kiste So Umgestalten Kisten kommen hier hin Spielzeug Kommt Kann man da lassen Kann ich das Nahrungsdingen? Okay So, nächster Versuch Wie das mit dem Tier am besten funktioniert Schutzanzug an Fleisch essen Ich weiß nicht Was zerlegen heißt Zerlegt er damit die Falle? Ich glaube ja, ne Fleisch essen So, wir haben sechs Nahrung Einmal Leder Einmal das Ich krieg' einen zu viel Ach, die scheiß Katze hat sie mir auch gemacht Wie kann ich denn da Nahrung rausholen? Verbleibende was? Ach, verbleibende Nutzung Okay, ich krieg' tatsächlich nur einmal Fleisch raus Bevor die Kacke weg ist Ach, das ist ja bitter Das ist ja wirklich kacke So Ähm, ne Tasche Auf jeden Fall Achso, ganz kurz Äh, alles bitte rüber transferieren jetzt Ja So Objekt fertigen Ich kann Zement herstellen Metall Ratten brauchen wir, glaube ich, uns nicht drum kümmern Weil wir die Katze haben Schlafsack Hat einer Ein Schlafsack ausgerichtet Äh, die Attribut Auf Expedition Erhöhen sich ihre Attribute Langsamer? Das ist ja eigentlich negativ Ich glaube, sie meinen das hier mit Attributen Zwei Leder Ja Ja, wir müssen diese Tasche bauen So, du, meine Lieber Reinigst mal hier den Schutzraum Vor Leute wieder krank werden Und dann gucken wir mal, ob wir was verbessern können Also Können wir Kapazität erhöhen Okay Oh, what Sieben Seile Scheiße Das ist arg viel Ja, meine Lieben Happy Birthday Ihr dürft gleich wieder losziehen Northgard Okay Ähm Lichtung Fuck, Alter Ihr geht in den Wald Ausrüsten Ausrüsten Damit wir mehr Sachen nehmen können Ausrüsten Du nimmst hier sowas Los geht's Viel Erfolg Ich denke an euch Küsschen aufs Nüsschen Gabt euch wohl Boah, Alter Mit Nahrung ist aber wirklich Echt heftig Dass du hier kaum Nahrung findest Kleines Haus Jawohl Wir können gerade eh nichts machen Tag 13 Sehr gut Nahrung Ja, nehmen wir erstmal sowieso alles mit Aber einmal Nahrung Was denn da los Oh, das ist ein Hase Man, ich würd gern Nahrung draus bekommen Einmal Leder Zwei Was ist das denn überhaupt Hier zwei Was soll das sein Tierfett Tierabwehrmittel Auch geil Ein Bett kann ich auch nicht bauen Da fehlen mir noch Nägel Das würde ich mich gerne machen Später Nylon Äh, ein zweites Bett bauen Was ist das? Schutzwester Ja, kämpfen müssen wir Da werden wir irgendwann auch nicht mehr drumherum kommen Die Humanzen, die gebaut werden kann In dem Fall kann die meisten Rationen aus dem gefangenen Tier gewonnen werden Okay Wo kann ich denn so ein Beet anlegen eigentlich? Blumenkübel Oh, kann ich eigene Nahrung züchten? Super geil Löscht Feuer Wir bauen so ein Teil einfach mal Einfach nur damit wir einen haben Lass uns auch noch mit dem Anzug zurücklegen Ich weiß nicht, ob die Anzüge kaputt gehen Äh, jemandem begegnet Okay Ödland Morgen Keine Waffen Okay Hallöchen Reisender Na, wenn das nicht die perfekte Gelegenheit für uns beide ist Kann sein Das bleibt abzuwarten Du hast so tolle Sachen im Angebot Doch heute möchte ich mich nicht für bezahlen Was ich mir nehmen werde Oh Gott, der greift uns an Äh, wir fliehen Vielleicht ist das eine schlechte Idee für uns beide Lass uns getrennte Wege gehen und die Sache beenden Erfolg Oh, ich hoffe wir konnten fliehen Ja, sehr gut Holzlager Oh, sehr gut Ein Holzlager Ah, deswegen geht man in den Wald Was ist das? Achso, Anzug ablegen, ja So, Laura Ah, okay Schutzraum ist sauber Duschenseifer Was bringt mir das eigentlich? Armseliger Ofen Das mit den, äh, Werkzeugen Nervt mich ein bisschen Dass das eine Werkzeug weg ist Schleifmaschine Okay, das ist ein Werkzeug Nehmen wir mit Oh yeah Zwei Seile So, Holz Holz Nagel Eine Schleifmaschine reicht Gut, wir können erstmal sowieso alles mitnehmen Gut Müssen wir dann später aussortieren Äh, ich müsste jetzt tatsächlich mal eine Gasmaske herstellen Damit wir wieder auf Expeditionen gehen können Hütte, jawoll Geh mal bitte trinken Und dann schicke ich euch auch direkt los Dann machen wir jetzt hier doppelte Expeditionen Pistolenmunitionen Gut, wir gucken erstmal, was wir hier einlagern können Was ist das denn? Plastikflaschen Was ist das? Ausgebrannter Laptop Okay Ähm Das geht raus Ratzelfummel mit Eine Schleifmaschine bleibt Oh, Schleifmaschine ist super geil zum Handeln Benzin brauchen wir Nahrung brauchen wir Metall Baumstamm Der Wollfaden bleibt hier Dünger nehmen wir mit So, seid ihr durch? Ach ja, genau Einmal süffeln Und dann schicke ich euch jetzt auch los Ne, kann ich Ne, ich kann die nicht losschicken Ich muss dafür Das hier haben Was ist das denn, Boxsack? Okay, da fehlt es an einigen Mich noch egal Da fehlt es auch an einigen Wie kann ich denn Sachen recyceln? Kleiderschrank Oh, okay Erscheinungsbild ändern Skulptur Wirkt beruhigend Der Ofen Okay, das ist die Verbesserung von dem Armseligen Ofen Rohrbombe auch schön Wie kann ich recyceln? Solarmodul Große Kisten Großes Regenpass Vorratsregal Dusche Toilette Ofen Blumenkübel haben wir schon gelesen Medikamente herzustellen Munition herzustellen Recyclinganlage Alter, was? Ah, was ist das denn? Wachgewehrfalle Wachgewehrfalle Bewegungsmelder Großer Gefrierschrank Wasserkondensator Rohrbombe Überwachungskameras Hacking-Konsole Alter Was? Alter, ein bisschen übertrieben, oder? Ah, kann Fleischportionen einlagern Oh, ein Motor Ich muss unbedingt einen Motor mir besorgen Dann kann ich nämlich auch das Fleisch hier oben einlagern Super Ähm, ihr habt da gerade eh nichts zu tun, ne? Dann Objekt fertigen Neuen Raum Dann verschieben wir unsere Küche nach hier unten Oh, ich brauche unbedingt einen Motor Kannst du eigentlich nicht direkt noch einen Raum machen? Ne Hier kann ich aber Zement herstellen Aus Kalk und Sand Lichtung Oh, nicht Okay, muss ich verarbeiten Ja, das kann ich alles nicht gebrauchen Also, das kann ich alles nicht verarbeiten So rum Kalk und Sand Gleich nochmal Zement herstellen So, die blöde Katze hat einfach keinen Hunger mehr Das ist super Ah, scheiße Noch eine Dichtung So, die kann man mal auffüllen Sehr gut Schutzraum umgestalten Nahrung kommt jetzt nach hier unten Medikamente kommen nach hier Obwohl, die kann man hier vorne lassen Und Spielzeug Lassen wir da hin So, Lichtung Objekt untersuchen Ja, dieselbe Scheiße Ja, brauche ich alles nicht Kann ich alles noch nicht verarbeiten Also, merke In den Wald brauchen wir noch nicht gehen Wir müssen uns erst die Städte angucken Was ist das? Morgen Mary Hallo da drin Braucht ihr zufällig irgendwas? Ich habe Viel Zeug gefunden Das ich nicht gebrauchen kann Ja Oh, Seile Nägel Oh Nehmen wir 16 Das sollten wir aber hinkriegen Wasser Wunderbar Wasser haben wir eh mehr als genug Können wir handeln Ventile So, noch mehr Wasser weg Handeln Ja Merci Dankeschön Oh, wir haben neue Seiten Tag 13 Ich hatte mich schon gefragt Wie diese Händler ihre ganzen Sachen transportieren Mary sagt Es hat eine Weile gedauert Alle Teile für einen alten Van zu finden Aber jetzt ist er ein funktionierter Transporter Das ist wirklich praktisch Wir sollten uns vielleicht doch mal den Wohnwagen angucken Das waren sogar zwei Leute Da müssen wir es reparieren Sehr gut Regen jetzt wieder Reparier gleich mal weiter Ja, Wasserspeicher wieder erreicht Ach, die Kinder kommen Die Kinderlein Hallo Wahrnehmung Sehr gut Boah Zieh ich in den Tasten alles? Ne Sehr gut, meine Lieben Tag 14 Nahrung 6 Immer noch sehr wenig Kann ich denn mittlerweile Den Gefrierschrank bauen? Ach ja, ich brauche ja den Motor Stimmt Eine Recyclingmaschine Mit der wir einfach mal weg Zerlegt werden können Oh Transistor Oh Gott Ah, ich habe gedacht Ich komme drum herum Um die Sache mit Zetteln schreiben Okay Also Kunststoff 15 Rohr 10 Ventile haben wir sogar schon 5 Transistor haben wir einfach gar keinen Oh, zum Glück aber nur 5 Und eine Schaltplatte Nicht zu verwechseln mit einer Schallplatte Bühne So, Häkchen bei Schallplatte Äh, Schaltplatte Und Häkchen bei Ventil Fick mal da Und wir brauchen unbedingt einen Motor Für die Dings Kacke, ich brauche Okay, wir müssen duschen Ja, du musst leider reparieren Ja, ich weiß Wasserfilter löst sich auf Krass, dass der Elch hier trotzdem kommt Okay, er kommt doch nicht Hehehe Blödmann Ähm Stirbt der? Wenn ich ihn nicht verarbeite? Ja, ich weiß Essensrationen sind wieder Denkbar gering Ach, die scheiß Katze hat schon wieder Hunger Oh, die geht mir so auf den Sack Die scheiß Katze Einmal und dreimal Okay Ich glaube, die Katze ist hungrig Maul Die frisst mir den ganzen Dings weg Äh, was ist denn mit Dings los? Was? Warum ist er vergiftet? Okay, dann schicken wir die Mädels jetzt auf Expedition So, ich muss definitiv wieder in die Stadt So Bestätigen Ausrüsten Ausrüsten Stärke 1 Okay Super 0% Genauigkeit Ja, dann kann ich das auch lassen Nein Äh, Gasmaske Und Tüte Stärke 1 Gruppe senden Los geht's, ihr beiden Rettet unsere Gemeinschaft So, die beiden Kerle zu Hause Super Ja, gut Markus ist gerade ein bisschen In schlechter Stimmung Hier reparieren wir die ganze Die ganzen Sachen Mäßiger Sandsturm An der Oberfläche Hast ja gerade eh nichts vor, ne? Außer Kotzen Kleines Haus Sehr gut Kleines Haus Mit Personen Gut, zum Glück habe ich es wieder nicht gelesen vorher Okay, der hat keine Waffe Wie geht's dir hier draußen so? Bestätigen Oh, ich könnte ihn rekrutieren Richard, komm, wir rekrutieren ihn mal Sieht so aus, als würden wenigstens in dieselbe Richtung unterwegs sein Rekrutieren Oh ja, sehr gut Intelligenz immer Gehre zu unserem Schutzraum und sage Für Nahrung und ein Dach über dem Kopf bin ich bereit, kräftig zuzupacken Yeah So, der nächste Kollege Diesmal auch noch ein paar besseren Sachen Okay, einmal Nahrung, sehr gut Ach, ich brauche einen Motor Achso, wir sollten gerade vielleicht mal aus dem Schutzanzug lassen So, moin mein Lieber Ach, der Bengel kotzt sich einfach die Seele aus dem Leib Das ist nicht gut Schutzraum reinigen So Oh ja Unbedingt reparieren So, Markus muss ich auch unbedingt Aufgaben geben Bevor der mir hier Die Bude komplett vollkotzt Wir haben euch hier noch jemanden entdeckt Okay, Fremde ansprechen Oh, ich hoffe nicht, dass die mich angreifen So, keine Waffen Bist du ganz alleine hier draußen? Bestätigen Ähm Wir handeln Bist ganz schön clever Natürlich nicht so clever wie ich Aber ich bin mir sicher, dass da ja das schon klar ist Das gefällt mir so an dir Okay, das war Doch, okay, hier fehlt irgendwie die Dings Wow 50 Aber er hat auch einfach nichts dabei, was mich interessiert Jo, tschüss So, wie gesagt Markus muss ich jetzt unbedingt Aufgaben geben Aber sie sind immerhin schon mal in der Stadt angekommen Mittelgroßes Haus Oh, kann er irgendwas reparieren? Ach ja, die Schlafsäcke können wir mal machen Apropos Schlafsäcke Yeah Yeah, zweites Bett Super Zerlegen Was du? Äh Mitwirken Oh Gott Ich glaube auch, je weiter weg man kommt Umso Größer ist die Gefahr, dass man hier irgendwie auf den Nischel bekommt Okay, auch keine Waffe Hallo, wer ist da? Bestätigen Hi, ich bin das wohl Jetzt sind nur noch Kämpfer und Tote übrig Du wusstest also, wo dies führen wird Ich muss fliehen Nein, wir müssen kämpfen Kämpf um dein Überleben Gewalt ist manchmal die einzige Lösung Einige Hütlandbewohner könnten dich angreifen Aber du bist derjenige, der auf Gewalt zurückgreift So oder so, deine Schutzraumbewohner könnten verletzt oder sogar getötet werden Sieh also zu, dass der Kampf es auch wirklich wert ist Im schlimmsten Fall verlierst du deine Expeditionsgruppe und damit auch einige oder sämtliche getragene Gegenstände Wow, slap, bitch Oh, bitch, slap Äh, angreifen natürlich Na, komm Yeah, she's bleeding Sehr gut Angreifen Na, komm Nein, gegen Angriff Sehr gut geblockt Angreifen, na, komm Yeah, bitch, slap, bitch, slap Angreifen, na, komm Ah Gegenangriff, yeah Ist aber geil, dass die Kleine besser drauf ist als die Mutter Ja, bleeding Yeah Yeah Yes Down Stärke Yeah, zwei Geschick Yeah, zwei Trauma Ein bisschen Und Joyce kriegt gar nichts Wobei Joyce eigentlich fast sie alleine getötet hat Wie traumatisch Einer deiner Schutzraumbewohner ist traumatisiert Das geschieht bei zu viel Stress oder werden sie Zeugen eines traumatischen Ereignisses Werden wir etwa dem Tod eines Schutzraumbewohners Traumata können auch mit Arzneimitteln behandelt werden Du kannst verfügbare Tabletten und Heilmittel beim Arzneischrank verwenden Gesundheitsverlust Die Gesundheit eines Familienmitglieds hat sich verschlechtert Das kann mehrere Ursachen haben Verletzungen im Kampf, Strahlenvergiftung, Dehydration und Ernährung Die Gesundheit regelt sich mit der Zeit Aber wenn sie null erreicht, dann stirbt der Schutzraumbewohner Du kannst den Heilprozess mit Dingern verbessern Okay Dann machen wir Feierabend und sehen uns nächste Folge wieder Jetzt nachdem wir unseren ersten Ödländer getötet haben Haut rein Tschüss